hallo hallo meine liebe freunde herzlich willkommen zu usbound mit mir dabei ist mein freund energy drink und wir wollen die fabrik erkunden wo ich schon mal dabei bin möchte ich das rätsel auflösen was ich gestellt habe in part 37 und zwar war mein rätsel nämlich was was für kleine rosa bälle nein welche bienen machen milch die antwort ist natürlich boobies ha 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 mega witzig so ich bete dass wir in diesem part uns durch die fabrik kloppen können und mal ein paar bällen gehöre ich in die bälle treten und wir leveln eigentlich auch super auf muss ich ganz ehrlich sagen und schmetterling wird echt nicht schlecht und ich habe gerade voll vergessen msn auszumachen entschuldigt mich eine sekunde ja ja ist mir egal halt die klappe jetzt so klick das immer wieder habt ihr nicht mitbekommen zombies geht meine knarre dann habe ich mehr chance gegen die dinge mal schauen ob ich mit einem so treffen töten kann ha 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 you are dead man in unterhose mit komischer frisur sowieso so ungefähr sehe ich morgens aus nach dem aufstehen so könnt ihr euch nicht vorstellen jetzt die zähne aber zu der haut kommt schon eigentlich ganz gut ran netz attack farm zombie c return to the dust from the earth 700 xp die dinge sind vollkommen nutzlos zum aufleveln mülleimer wie viele bomben sind jetzt hier drin reden wir mal mit dem mülleimer mit dem können wir leider nicht reden messbar geront der trashcan woher sie hier der risale kipps und zeit james jesse tecken was kann ich damit machen gut was kann ich damit machen help das gebe ich mal tim und das sollte mal gefälligst jetzt nehmen weil das könnte ganz hilfreich sein für den weil er damit den ganzen kram rüber bringen news tim tim drank the ucapsule tim's IQ and a big one sehr schön ist das so protein wie bei pokémon ich mache wie viel pokémon referenzen will ich in earthbound eigentlich noch machen das ist schrecklich broken laser inside den mein lieben kann ähm jeff reparieren das machen wir sobald wir hier raus sind und uns nicht mehr tonnen von gegnern erwarten du 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 ja ihr beide redet ja nur mit mir aus dem weg aus dem weg ja jemand hat sie du wiederbelebt ein butterfly ein butterfly für alle die sich gerade fragen was so ein komischer Kauz ich bin weil ich gerade einen Sido-Song zitiert hab ich höre weder Agro Berlin damals noch jetzt Sido das nur nebenbei nie geblieben den einzigen Rap den ich gehört habe damals waren AZAD und Cool Savas jetzt geht das schon wieder los weder ripetiert sich jetzt Schleim ist voll doof drauf sucht anderen depressiven Schleim lass mal zusammen depressiven Schleim ne, dein Himmels voll schön die sind irgendwie aus wie so kleine Nippel oder? also wenn du beim Duschen runter guckst, kaltes Wasser hast und dann dein Nippel nicht so anguckt und sagt mach wieder warm du Arsch die sind dann zwar nicht grün zumindest in den meisten Kulturen aber Schätzeleins, ihr wisst, was ich meine gewonnen jetzt soll ich aber den Schmetterling haben da spart man sie sogar das Aufleveln für komm schon, Schmetterling her ey, bist du dich verarschen? so, bei den ganzen Türen gehe ich erstmal hier oben hoch ach du Kacke fliegender Scheißhaufen, hier sehe ich auch aus ein Haufen mit Scheißfliegen die sehen irgendwie komisch aus gut, gut, das sind Scheißfliegen nein, was ist das denn? mostly bad flies das ist aus wie Bienen so ein bisschen kann das sein, oder? so diese Play-Doh-Bienen ist echt schön, wie schön die abkratzen finde ich sehr angenehm wenn ich da auch immer auf Jessica drauf gehen würde, die Arschlöcher auf damit ich will gewinnen geschafft Ness and his friends gained 1116 experience oh baby fuck yeah, ich liebe dieses Geräusch oh baby, oh baby, oh baby, oh baby sweet was? 27 hoch? wie geil ist das denn? und PP um 9 ist das scharf, oder ist das scharf? lauf da rein jetzt! huh ja wieso kann der jetzt reden? ich bin der einzige Schleim, der hier reden kann wenn ich dich angreife ach Leute, holt doch nicht schwer rum ich muss, weil der Nippel so traurig aussieht ich muss aber nicht sagen, welcher LSD-Schwachkopf hat sich eigentlich die Hintergründe ausgedacht nach dem Motto, wir brauchen irgendwelche Kampfhintergründe sollen wir irgendwelche Bilder nehmen, die den Hintergrund widerspiegeln wie eine Fabrik oder so nein, lass mal voll die SD äh, ich wollte nicht sagen LSD LSD-Effekte nehmen das kommt bestimmt voll geil so Transcope-mäßig yo boah, geiles Zeug jo da lass mir doch so einen Gegner erfüllen, ey so voll der Schleimhaufen der, wenn du röbst, alle zum Weinen bringt und dann kann man die nicht mehr angreifen ja das ist eine gute Idee lass das mal machen wie der f*** waren sie von ihren Minds wahrscheinlich gibt's ein Schleim in den nächsten paar Levels noch in drei verschiedenen Farben und Ausführungen wer weiß Mülleimer 3 Stück heilige Scheiße was ist hier drin? Es gibt eine Vital Capsule, die kann man bestimmt auch nehmen. Ähm, ich wollte noch mal gucken, wer von denen die geringsten Lebenspunkte hat. Die hat 96 und die hat 135. Also wenn, dann das Ding Jesse geben. Vielleicht wird es die Lebenskraft erhöhen, oder? Vital Capsule increases your vitality when taken. Use on Jesse! Went up by one. Na ja, immerhin. Dugger im Trashcan! What's here? There is a HP Sucker inside. Was ist das denn bitte? Nein, das wollte ich nicht. Goods! Was ist ein HP Sucker? Ist das einer der Harry Potter nicht, Marc? I am Swatim. Sucks up some HP from target creature. The more you get, you can be... Wie geil ist DAS DEN?! Sweet! Aber jetzt noch einmal, irgendwas muss ich dann loswerden. Hm... Wie wärs mit dem Sperma hier? Nein. Ähm... Was ist denn mit einem Rust Promoter? Ja, guck mal hier. Super, super abgerostet. Wunderschön. Würde ich nehmen, auf jeden Fall. Ähm... Exit-Mouse. Ich muss auf jeden Fall... Ich muss... Ich muss kramlos werden. Ernst... Ernsthaft. Dauwst du jetzt... Other... Other! Ja! Ja! Ich hab's verstanden. Was ist Hand Aid? Ist das eine neue Gleitcreme? Von nach der One-Use. Könnt ihr mir nicht sagen, wie viele er heilt, ihr Arschlöcher? Ich will doch ganz kurz irgendein Item loswerden. Äh... 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 Pack of Bubblegum! Wollt ihr mich eigentlich... Ich nehme jetzt einfach das... Das größte... Für Jesse. Dann heil ich mich so ein bisschen. So... Was ist jetzt hier drin, was sich so lohnt? Calorie Stick inside. Tim takes it. Just plain old garbage. Haha! Komm hier runter! Nein! Der Scheißhaufen greift mir sein Fliegen an! Da können wir jetzt mal das Ganze eben testen. Die beiden töten nämlich jetzt mal ganz schnell die Fliegen. Jesse genauso. Und der... Soll mal bitte sein... Oh, was hab ich jetzt geklickt mit dem? Was hab ich gerade gemacht, verdammt? Was hab ich gerade gemacht? Jajaja, ich weiß, dass sie anfangen zu heulen. Jetzt sag mal schon, was ich gemacht hab, grad aus Versehen. Tim uses Ruler. Now we can figure out the length of things easily. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Die wollen mich verarschen? Wieso treff ich denn nix, verdammt? Hp-sucker. Das kann sein, dass... Ich hatte es ja schon mal erwähnt. Wenn man seine Mom eine lange Zeit nicht anruft, dass dann viele Attacken einfach daneben gehen. Von... 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 Da hat man nur die Trefferquote runtergeht. Aber das ist eigentlich nur bei Nests soweit ich weiß. Da bringt ja nix, wenn... wenn Jesse die Mutter von Nest anruft, oder? Könntet ihr aufhören rumzuhöpsen, verdammt? Ey, das ist langsam nicht nervig gegen diese Scheißhaufen zu kämpfen. Okay, 50 HP. Verdammt, ich hab den Slime angegriffen. Aber ich meine, haben wir jetzt eine Heilmethode für Tim. Ja, Alter, gehen wir doch nicht auf die Nüsse, du. Ich hasse diese Schleimhaufen. Diese gelben oder pinken Bälle sterben immerhin direkt. Thank God. Da haben wir doch. Jetzt muss noch eine Schleimpfiete sterben. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hm, was können wir jetzt machen, um den Typen noch mehr zu verarschen? Hey, komm mal her. Jo, klar, kein Problem. Ich hefte mal ein bisschen nizier. Bin ich da? Ich bin voll weg, liebe Schleimh, ey. Ich bin Speed-Schleimh. Boah, Leute, es bringt nichts. Du brauchst es nicht alle 20 Sekunden an irgendeiner meiner Typen zu versuchen. Stirb! Stirb, verdammt! Ich seh das zwar nicht, aber ich häng grad mit 2 cm vom Bildschirm und glotz dieses 4 von der Böse an und häng mal auf die Bestätigen-Taste. Stirb! Stirb! Ihr wollt mich verarschen. Ähm... Ich bin so froh, wenn ich aus dieser Fabrik hier raus bin, die so schleimhig auf mich und nicht mehr auf die Nüsse geht. Ja! Einer ist tot, aber es ist noch einer da. Boah, das wär jetzt auch gewesen, ey. Wenn der Kampf so ewig gedauert hätte dann. Der Kampf so ewig gedauert hätte dann. Der Kampf so ewig gedauert hätte dann. Bei Goofy und Mix ist jeder Tag ein Klecks. Zwei Freunde ist klar, klar. Sie sind das größte Siegespart zu jeder Schadentart. Sind sie bereit? Nein! Dein Spaß geht nur zu zweit. Geht nur zu zweit. Ein hoch auf die Freundschaft. Der Vater mit dem Sohn. Was? Nein! Woll ich ja gar nicht be- Ein hoch auf die Freundschaft. Der Vater mit dem Sohn. Auf die Freundschaft. Diese zwei sind gar nicht ohne. Zu jeder Schadentart. Nein, das hatte ich schon. Egal. Ich kann es nicht mehr singen. Ich muss betrunken sein, um es richtig zu singen. HP Sucker! Kurze Pause Leute, ich bin gleich wieder da. 5,0 바 adventure! dr. schmerzt Vielen Dank.